Hallo Freunde der geheimdienstlich orientierten Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir, in meinem Springfield voller geheimer Identitäten. Ich glaube nicht, dass hier einer eine geheime Identität hat, aber ist egal. Es ist ja, es ist nichts passiert. Gibt ja auch gar nichts eigentlich zu passieren. Das Einzige, was passiert ist, EA hat mich erhört. Ich habe doch gewusst, irgendjemand bei EA sitzt da und guckt sich meine Videos an und er wartet nur darauf, dass ich irgendwas sage, damit es sofort umgesetzt werden kann. Ich habe mich ja darüber markiert, dass es viel zu wenig Schaubilder gibt. Ich bin natürlich nicht der Einzige. Mir ist schon klar, dass da bei EA niemand sitzt, der sich meine Videos anguckt und daraufhin dann die Spieleinhalte ändert oder anpasst. Juhu, die einzig wichtigen Übungen sind Fingerübungen. Ja, nee, 13.3, ist das nicht das Kennzeichen von Donald Ducks Auto? 31.3. Ich weiß nicht mehr genau. Übrigens auch nur in den lustigen Taschenbüchern, die ich übrigens sammle. Ich habe sie alle bis 300 irgendwas, habe ich sie alle hier im Schand stehen. Von daher, ich bin ein Riesenfan. Das ist mir nur leider zu teuer geworden. Irgendwann haben sie angefangen, die gab es früher immer nur, ich glaube, alle drei Monate oder irgend sowas. Dann haben sie irgendwann angefangen, jeden Monat. Dann gab es jeden Monat ein neues und das war mir... Wenn du da mal ein paar Stück verpasst hast, das wird dann gleich wieder richtig teuer. Und die sind auch immer teurer und teurer und teurer und teurer und irgendwann habe ich keinen Bock mehr, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe ja auch über 300 Stück, also wenn ich mal Bock habe, dann kann ich die anderen nochmal lesen. Das ist ja überhaupt kein Ding. Ich wollte eigentlich sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Das klingt logisch, oder? Dass ich sagen wollte, was ich sagen wollte. Aber naja, ihr kennt mich. Mir ist natürlich schon klar, dass niemand bei EA da sitzt, meine Videos guckt und Spieleinhalte aufgrund meiner... meiner Kommentare, meine Aussagen, wow, was ist so geil, was das anpasst. Aber trotzdem, es hat natürlich gut gepasst. Ich habe mich gestern in dem Video darüber beschwert und... Tadaaa, schon ist es angepasst worden. Jetzt gibt es mehr. Es droppen die... MIBs droppen jetzt zwar nur noch, wenn sie welche droppen, nur noch ein Schaubild und nicht mehr zwei, wie es vorher gewesen ist. Aber... Dafür droppen sie die jetzt deutlich häufiger. Deutlich häufiger. Leider ist es auch wieder deutlich häufiger, dass mir mein Spiel... den Abgang macht. Aber ich kann ja die Zeit nutzen und zeige euch jetzt einfach mal den Sinn, dass es ja Diskussionen gibt, ob es sich denn lohnt, Lisa ständig den Eliminator bezwingen zu lassen. Ich sage es mal so. Glückwunsch, du hast in den Streichel mit dem Eliminator etwas Verstecktes gefunden. Soviel dazu, ob es sich lohnt, Lisa den Eliminator... ...Round, around the clock bezwingen zu lassen. Ja, es lohnt sich. Das ist jetzt mein dritter Mini-Atomsprengkopf und es werden weitere kommen. Ihr seht also, es lohnt sich durchaus. Das ist übrigens meine dritte. Mein dritter Atomsprengkopf, Mini-Atomsprengkopf, den Riesa mir da jetzt freigeschaufelt hat, unter ihrem Eliminator. Ich weiß nicht, ob es ihrer ist. Das ist ja meiner. Ich habe gerade ein Mohnbrötchen gefüttert und hatte jetzt eben noch so einen Mohnkorn. Das habe ich schon ein kurzer Bisschen... Ich liebe Mohn. Sehr lecker und sehr gesund im Riesa. Mohn. Sehr gesund. Ja, wie gesagt, was das Event angeht, gibt es ja nicht allzu viel. Habe ich jetzt die Jungs da? Nein, die kann ich schon noch nicht abgeklickt haben, weil die vier Stunden sind noch gar nicht mehr. Das heißt, ich kann hier... Ich kann nur zwei, okay. Ja, klar. Wieder dahin gehüpft, wo ich nicht hin muss, weil es 1000 Kilometer weit entfernt ist. So ein Cheat da jedes Mal. Wieso bin ich hier? Achso, ihr seid hier noch am Rödeln, noch neun Minuten. Ihr seid hier, ihr seid voll. Und hier kann ich einen. Ja, das ändert sich ja gleich. Jetzt hätte ich fast den Ape angeklickt. Aber ich warte jetzt hier erstmal, bis die hier gleich fertig sind, ein paar Sekunden. Was das Event angeht, gibt es ja nicht viel. Aktuell, ich könnte höchstens mal gucken. Ich habe 92 Schaubilder. Das heißt, ich könnte mir ja eventuell, theoretisch... ...nochmal ne Kleinigkeit kaufen. Beziehungsweise craften. Oder herstellen, oder basteln, oder was auch immer. Ansonsten, mehr passiert ja im Moment hier nicht, was das Event angeht. Das Event ist sehr zähflüssig, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, ich werde... Ich habe es ja gestern schon angekündigt. Ich werde mich jetzt einfach gleich hinsetzen und werde mit euch schon eine kleine Runde bauen. Ich weiß noch nicht, ob ich es fertig kriege. Mein Springfield of Tomorrow. Ich weiß vor allen Dingen nicht, wie ich das eingrenzen soll. Ich würde das gerne ein bisschen eingrenzen, ein bisschen abgrenzen. Mit einem Zaun oder mit einer Mauer oder mit irgendjemandem sowas. Ich glaube, ich muss den... Doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich muss den Sound wieder abschalten. Weil ich habe ab und zu, glaube ich, wieder den Bug, seit der XP-Beschleunigung, wie der läuft. Habe ich denn ab und zu wieder, dass es Ewigkeiten dann weitergeht. Ting, 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 bestimmt drei, vier Minuten. Dann wechselt es immer mal und das ist voll nervig. Und wenn es jetzt wieder so gewesen wäre, dann hätte ich ihn halt schnell abgebaut. Ausgemacht, den Ton. Ja, ich hätte es halt hier gerne irgendwie so ein bisschen abgegrenzt einfach. Ich bin sowieso noch überhaupt gar nicht zufrieden mit meinem Springfield of the Future. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich hier vielleicht... Ob ich hier vielleicht schon eine Art Platz irgendwie draus mache. Hier in der Mitte des Zedif City. Das müsste dann halt mal einfach kurz... Das Schlachthaus gehört da ja nicht mehr mit dazu. Das müsste jetzt halt mal kurz weg. Dass ich da ein bisschen Platz habe. Meine kleine Maggie müsste auch... Die müsste auch irgendwo anders hin. Aber ich weiß noch nicht so genau. Ich muss gucken. Die stört ja hier auch so ein bisschen. Die stört so den Eingang, den Eingangsbereich. Aber ich habe halt auch im Moment nicht so wirklich... Nicht so wirklich viel Platz. Und ich will sie das auch nicht hässlich hinstellen. Oh. Jetzt geht es wieder los. Ich habe jetzt auch mal ein paar von den Dingern hier weggemacht. Drei Stück. Die standen ja bis hier. Die haben die Hälfte von meiner Monsano-Ecke zugestellt, sodass man es nicht mehr hat anständig sehen können. Ich muss jetzt erst mal... Es tut mir leid. Ich muss auch die kleine Maggie... Ich muss jetzt erst mal... Vorerst kurz weichen. Und ich muss mir ernsthaft überlegen... Wie ich das hier anständig mache. Ich hatte mir halt echt gedacht... Ich mache da vielleicht einen Platz draus, aber ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt erst mal gucken, dass ich das alles hier möglichst... Möglichst anständig irgendwie platziert bekomme. Mit Sinn... Mit Sinn und Verstand. Ich ziehe jetzt einfach mal hier wahllos. Naja, wahllos nicht ganz. Das soll ja schon so... Das war jetzt eine... Das war schon eine zu viel. Nee, war es doch nicht. War mir natürlich klar. Dass das so sein muss. Lalalala. Dann haben wir hier ein kleines Haus. Nee, ich muss bei den Simpsons ein bisschen mehr Platz lassen. Da muss ich auch noch einen Zaun drumherum ziehen. Da muss ich auf jeden Fall einen Zaun drumherum ziehen. Das Simpsonshaus muss abgegrenzt. Muss abgegrenzt werden. Den Atomicola Hub. Den würde ich gerne... So ungefähr haben. Ich glaube... Ich glaube, dieses Schild... Nee, nee, ich meine schon das Schild... Könnte man so ein bisschen... Vielleicht eher hier hin. Ja genau, auf die Straße. Damit es auch ja nicht stört. Jetzt habe ich hier hinterher noch diese komischen... Hail Ends. Ernsthaft? Komm, geh mal weg jetzt hier. Ich habe auch so ein paar Büsche und Bäume. Ich stelle mal einen da hin. Dann kann ich hier schon mal anfangen, die... Die Beuidskis. Soll das vielleicht schon eine ganze Wohnanlage? Das sind doch Wohnhäuser hier, oder? Das ist natürlich doof. Man bekommt das... Das ist ein Bürogebäude, okay. Bei vielen Gebäuden oder bei einigen Gebäuden bekommt man es ja leider nicht mehr angezeigt. Wenn man die mal gesetzt hat, dann bekommt man nicht mehr angezeigt, was es denn ist. Hier. Du hast ja hier gar nichts zu suchen. Geh mal weg da. Geh mal zu deinen Freunden. Geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Was ist das hier? Ich bin im falschen... Falschen Modus. Du sprichst auch Senneth City. Dombizil. Hm. Das weiß ich natürlich nicht. Schnauze! Auf hier rumzuklingeling. Du siehst nicht sehr zukünftig aus. Ich hab jetzt ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Achso. Das war gar nicht. Das Dombizil war was anderes. Und du siehst nämlich eher nach Senneth City aus. So, dann haben wir hier einmal noch eine DAF-Werbetafel. Das hier sind aber, glaube ich, Wohngebäude, oder? Die Dinger hier. Dombizil. Wäre ja dann logisch, dass es ein Wohngebäude ist. Du kannst dann auch weg hier. Ich muss mir nur noch überlegen. Auch erstmal. Ja, erstmal alles. Weil das hat ja damit gar nichts. Das hat aber auch nichts. Auch der Kindergarten hier hat ja auch nichts mit Senneth City zu tun. Das ist jetzt erstmal nur temporär, damit ich da so ein kleines bisschen mehr Platz hab. Ich muss jetzt gucken. Ich muss jetzt genau gucken. Ich habe den Raketenwagen. Ich finde, so ein Raketenwagen gehört auf die Straße. Irgendwo auf eine deutsche Autobahn. Sollte man vielleicht für das Ding eine Rennstrecke bauen. Oder irgendwie sowas. So eine ganz lange, gerade Straße einfach. Auf der anderen Straße geht ja nicht. Geht ja nur auf diesen scheiß Wegen. Die Frage ist, wo mache ich meinen ganzen Kran hin? Vor allen Dingen auch das Screen Education Center. Was ja doch ziemlich groß ist. Und auch meinen Kostingtons. Eigentlich würde ich ja gerne, das hier sieht auch eher nach Senneth City aus. Wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ist ja auch. Ich habe das irgendwie so ein bisschen durcheinander gehört. Teilweise habe ich so ein kleines bisschen diskutiert. Ihr merkt, ich bin nicht ganz 100 pro gesund. Körperlich. Geistig bin ich voll auf der Höhe, natürlich. Ihr wisst das. Ihr kennt das. Und so ist das bei mir. Ich habe hier noch so ein Bürogebäude. Eigentlich müsste man die Bürogebäude auch. Die müsste man nochmal extra einzäunen. Ach, das ist alles gar nicht so einfach, wenn man so viel. So viel und doch so wenig hat. Ich weiß ja gar nicht so genau. Ich könnte vielleicht auch hier noch so eine noch so eine Straße drum ziehen. Aber dann ist mir der Googleplex. Den könnte ich natürlich den könnte ich natürlich auch so setzen. Den Googleplex. Was ja wohl ein Kino ist. Hier ist es schon wieder. Warum geht dem hier nicht weiter? Was steht denn da im Weg? Dass das da wirklich stört. Was ist das denn? Ja, leck mich doch am Arm. Ich glaube nämlich, dass du das bist. Na ja. Da habe ich schon errichtet. Drück ich auf das Scheiß. Ich leck mich am Arm hier. So. Ich bin der Meinung, du bist ja dran schuld, dass ich hier nicht weiterbauen kann. Siehst du? Weiß nicht, was das ist. Das sind diese komischen Busche oder irgendein Schmutter. Passt hier noch einer hin. Den sieht man jetzt natürlich nicht, weil da steht ein Automatt davor. Dann stellen wir das Automatt ein Stück schon weiter weg. Dann haben wir hier einen Baum. Den platzieren wir vielleicht mal so ein bisschen hier. Jetzt sieht es eben aus die ganze Zeit rüber. Sag mal. Das Kabel ist so kurz. Ich bin kurz angebunden heute. Leute, also Vorsicht. Vorsicht. Eigentlich müsste ich dich auch irgendwie noch umrahmen. Hier haben wir noch ein Bäumchen. Und hier, das müsste... Äh, äh, nee. Oh, das ist sogar ein Obstbaum. Irgend so ein... Irgend so ein Obstbäum. Der muss gesondert. Der muss gesondert. Sonst... Vergiss ich dir. Den kann ich dir einfach da hinten in den Tannenwald reinstellen. Das geht nicht. Hier habe ich noch ein paar Bäume. So, Bäume. Und noch ein Bäume. Und hier ein Bäum an die Ecke. Und drüber mal rum, damit die nicht alle gleich aussehen. Du bist ein echter Baum. Echte Bäume haben wir in meinem Springfield of Tomorrow nichts zu suchen. Dann... Also ich würde das Atomic Hula Hoop wirklich gerne... Ich würde das gerne so ein bisschen... Das soll so ein kleines bisschen mehr was... Oh. Naja, egal. Ich nehme das jetzt erstmal so. Das soll so ein kleines bisschen mehr was Besonderes sein. Ich glaube, ich setze das irgendwie hier hin. Ich muss dann gucken. Ich würde das vielleicht gerne wirklich... Naja, so ein bisschen spezieller einfach setzen. Und dann noch ein bisschen was drumherum bauen. Und... Machen wir mal hier die zwei Gebäudekomplexe. Naja, das Gebäudekomplexe ist vielleicht auch nicht so ganz richtig ausgedrückt. Aber es ist ein Domizil. Die beiden Domizile. Eine Domizilskiss. Was ist das hier eigentlich? Eine von den schwebenden Hängematten. Nein, nicht Hängematten. Von den Liegestühlen. Steht's auf Hängematten. Naja, man schwebt da ja wie in einer Hängematte. Ich finde, die gehören eigentlich... Oder die würden ganz gut hier zu den Simpsons. Zu den Simpsons, die mir in den Garten passen. Eigentlich... Es ärgert mich echt, dass man die Dinger nicht um 360 Grad drehen kann. Dass man die nur so oder so. Dass es nur zwei Positionen gibt, in denen man die Gebäude... Gebäude pflanzen kann. Das ist... Kacke, das ist... Pfui. Ihr EA. Ihr wisst... Ihr wisst, dass ich weiß, dass ihr meine Videos guckt. Macht da was dagegen. Gehen wir den Busch da weg. Dann können wir den Tiki-Mart ein Stück weiter nach vorne setzen. Ich würde sagen, hier kostenestens... Können wir dann hier so an die Ecke an die Ecke pflanzen. Was war denn jetzt? Erst wegen... Ah! Ah! Ja, 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 ja. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, was hier passiert. Hier passiert was. Hier, ich level gleich... Gleich geht's rund. Mein arm ist Homie, Baby. Juhu! Head up! Head up! Ja, ist ja gut, ich mach ja schon. Guck mal, guck mal. So, 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 so. Huch! Ich liebe Spiele, in denen können keine Rolle spielen. Hey, was soll das denn heißen? Flupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflupflup. Aber den scheiß Dota, den nehme ich natürlich trotzdem. So ist es ja nicht. Nicht, dass es nachher heißt, ich wäre undankbar. Finde ich sowieso. Aber naja, das weiß ich schon. Ja, ich habe irgendwie komisch gebaut dieses Fahrrad. Ich hatte mehr, zwei Dings mehr. Zwei Quickie merkt mehr als ich normalerweise... Was haben wir denn hier? Der Yoshi 2018 und die Anki wird 2. 12. 2. Danke, dass ihr zwei mich besucht habt. Mit zwei hübschen, coolen und netten... Ja, ja, versorgt ihr mich nur mit... Mit was auch immer. Womit versorgt ihr mich? Mit diesen komischen geheimen Dokumenten, geheimen Papieren oder sowas in der Richtung. Jetzt könnt ihr mir hier natürlich auch noch schnell zugucken, wie ich hier... Jetzt muss ich andersrum machen. 1, 2, 3, 4... 5... 6... 7... Das nervt. Das geht nur rückwärts richtig gut. Ich muss hier gucken, so in der Mitte. Ungefähr, ja. So, 1, 2... Dann drehen wir die Geschichte einmal rum. Ich weiß, ich bin schon bei 14.400. Also die Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon überschritten. Aber ich nehme trotzdem immer 20. Dann habe ich auf jeden Fall immer zwei Level-Ups. Pro Runde. Und ich habe so ein bisschen Angst vor dem Scheiß. Ich klicke mal hier irgendwas an. Was ist der scheiß Flugpeter da oben? Norbert heißt der, glaube ich. Der Onkel Norbert vom, vom... Wie komme ich denn auf Hüseyin? Sag mal, bin ich bescheuert oder was? Vom Milhaus. Van Outen. Der Hüseyin. Der Hüseyin Van Outen. Ja, alles klar. Kein Ding. Guck mal, dich könnte man doch eigentlich... Ich glaube, du würdest besser aussehen, wenn man dich hier vorne hinsetzt. Brauche ich hier vielleicht an die Ecken. Dass man euch wenigstens sehen kann. Der Quickie-Markt. Hier ist der Costingtons. Hier haben wir noch so eine blaue Scheußlichkeit. Hier wollte ich irgendwas Spezielles machen. Ich muss erst mal gucken. Das passt sogar. Zumindest rein optisch gesehen. Ich muss jetzt natürlich gucken. Das Serene Education Center stört so ein bisschen. Die Oblicke im Moment zumindest. Oder meinen Blick darauf. Und von Dorha ja... Geil, der ist ja raketengetrieben, der Brunnen. Das ist ja abgefahren. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja ein raketengetriebener Brunnen. Ja, hier, guck mal. Da unten. Ist ja geil. Kann ich schon aber anklicken. Nee. Glücklicherweise nicht. Aber das ist cool. Das gefällt mir. Ein raketengetriebener Springbrunnen. Ach, guck mal hier. Den könnte man noch zum Beispiel... Hier bei einem Atomicola-Hoop. Und den kann man sogar mittig setzen. Nein, kann man natürlich auch wieder nicht. Warum? Warum? Warum, EA? Warum? Wer bezahlt Leute dafür? Gibt es da extra eine Abteilung bei euch? Die Leute dafür einstellt und bezahlt, dass sie Items entwickeln, die man nicht mittig setzen kann? Das ist ja nicht zu fassen. Leute, also mal ganz im Ernst. Ich kriege hier echt... Ich kriege die Krise. Ich kriege die Krätze. Ich kriege Plack. Ich kriege was auch immer. Aber ich kriege hier mit Sicherheit nicht das, was ich will. Ich arme Sau. Das ist doch kacke. Das sieht doch kacke aus. Hoppata top. Mensch, Mensch, Mensch. So eine Scheiße. Du bleibst jetzt erstmal dastehen. Ich muss ja sowieso erstmal gucken. Ich muss nochmal hier. Ich muss mal... Hab ich noch irgendwo... Ich könnte noch ein paar große Mauern bauen. Ich hab einen Mauerturm zu viel gebaut. Weil ich dachte, mir würde noch einer fehlen. Aber ich hab nicht registriert. Uh, ich hab schon 130 Stacheldrahtzäune. Ja, die Lisa... Die kleine Lisa macht's nicht möglich. Ich muss mal gucken, ob ich nicht irgendwo noch ein bisschen was von diesem... Schwebe- und... Tomorrow-Kram habe. Da bin noch ein Eiszaun. Exotische Bäume. Mein Football-Feld. Das müsste ich auch mal was überlegen. Vielleicht für mein Football-Feld, aber... Ich hab ja das andere noch. Das Kick-Tipp oder wie's hieß. Das Event. Nee, hab ich noch... Eine Holotulpe hab ich hier noch. Die ist wichtig. Die... Die kann das ganze Spiel entscheiden. Hallo? Schnell gesetzt. So, Laternenpfahl. Da war ich schon. Hier. So, hier ungefähr. Da. Nee, hier. Da. Hey, ich hab noch ein paar Holz... Ein Holzzaun hab ich. Das ist gut. Der ist auch wichtig. Der kann auch... Das können auch spielentscheidend sein. Und zwar... Achso, ich muss auch gucken, dass das passt. Das kann ich auch später aufgucken. Ich setze ihn jetzt erstmal hier. Ach, kann ich gleich kaufen. Stimmt ja. Da war doch was. Ja, ja. Ich kenne die Problematik. Ich bin mir dessen bewusst. Und es interessiert mich trotzdem keinen feuchten Furz. Wollte ich nochmal kacke. Wollte ich doch gar nicht so rum. Ich seh nix. Warum seh ich eigentlich nix? Das ist doch nicht richtig so. Geh weg, ja. Pusche dich mal hier zur Seite kurz. Okay. Ich hätte wetten können, ich... Ja, ja. Aber ich will schon den da. Ich wollte den nach innen gedreht haben. Nämlich so. Jetzt hab ich natürlich keinen... Hab ich natürlich keinen mehr. Das müsste ich erst wieder suchen, aber... Egal. Ich mach das jetzt schnell. Ich bin ja Turboman. Turboman. Fehlt noch als Superheld. Turboman. Gibt's bestimmt irgendwo. Ich hätte bestimmt ein Auto oder so. Scheiße. Flupp, 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 flupp. Oh, passt. Cool. Nein. Ich hab's schon wieder getan. Warum tue ich das auch immer? Ich hab keine Ahnung. Eigentlich... Nee, dich brauch ich nicht mehr. Ich hab ja jetzt hier einen zu viel. Diese Schnauze auf, ob er davon darf. Sonst muss ich dich leider ausstöpseln. Du hast hier mal grad gar nichts zu melden, du. Eigentlich gehört ja hier vorne auch noch ein Zaun hin, oder? Zumindest so zu einem Teil. Irgendwie. Das Haus muss weiter nach hinten. Ganz offensichtlich. Mit dem Haus muss weiter nach dort. Also... Stimmt. Mal so. Brauch ich doch wieder einen Zaun. Scheiße. Jetzt brauch ich doch wieder mehr Zäune. Mehr Zäune braucht das Land. So. Ernsthaft. Ihr wolltet mich wohl verkacken, oder? Ihr wollt mich... Natürlich wollt ihr mich verkacken. Was soll ich denn davon jetzt halten, EA? Mal ganz im Ernst. Was? Was soll ich davon jetzt halten? Ich kann diesen Scheißzaun nicht mal bündig an euren fucking Zaun da ansetzen. Das ist doch kacke. Das ist doch echt kacke. Das ist doch vorne wie hinten nix. Ach, soll ich... Nein, ich hab nichts gesagt. Ich bin absolut zufrieden und vollkommen... Ruhig. Mir geht's gut. Meistens. Ab und zu. Stört mich das Scheißding hier wieder. Ich weiß auch nicht, was ich will. Hallo? Den wollt ich nicht anklicken. Das ist doch komisch. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Eine Eistulpe? Ich hab keine Ahnung. Noch eine Holo. Die Röstbiene dahin gesetzt. Was weiß ich, was das ist. So, jetzt noch schnell den Zaun vollenden. Ist ja nicht mehr viel. Es muss nur jemand mit dem Auto da durchkommen können. Ich glaub, das reicht sogar schon. Nee, das muss ich noch schnell. Schauen, wie ich das hier... Hm. Das heißt, ich müsste... Oh, Alter. Das muss ich jetzt gleich gucken. Ich muss jetzt erst mal... Warte das erst mal so. Ich kann... Ich mach das jetzt hier einfach... Ich lass das so. Ich hab jetzt eben gerade überlegt, ob ich nochmal schnell... Ob ich das Haus jetzt... ...einen Tacken nach rüber setze. Also ein Feld. Oder zwei Felder vielleicht sogar. Und dann die ganzen Zaun natürlich auch. Aber ich lass das jetzt erst mal. Und den Quickiemarkt... Der Quickiemarkt muss jetzt aber auf jeden Fall rüber... Okay, der stellt erst nochmal diese komische blaue Fibel-Ding da. Was ist denn jetzt? Achso. Eigentlich ja nur logisch, dass... Wenn ich das nicht... Wenn man das nicht auf die... Wenn man da keinen Weg drunter durchbauen kann, dass man dann auch die... ...die Dinger nicht auf den Weg draufsetzen kann. Wie gesagt, eigentlich nur... Ist ja eigentlich nur logisch. Eigentlich wollte ich euch beide ja zusammen haben. Euch... Elektronische Wohneinheiten. Hier noch was zum Kostingtons. Eigentlich war ich schon unterwegs. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Als ich dann über den komischen Zaun gestolpert bin. War ich ja eigentlich unterwegs zu gucken, ob ich nicht irgendwo noch ein paar von diesen Holo-Hacken oder Holo-Irgendwas anderes noch habe. Hier. Eine leuchtende Blume ist das also. Angeblich zumindest. Na gut. Auch das ist Leuchte in meinem Springfield. Ich muss jetzt hier... So, hier waren wir ungefähr. Da ist der Marshmallow-Baum. Der Maschentrop-Zern. Moderne Garage. Der moderne Müllcontainer. Das moderne Zuhause für alle Leute, die nicht wissen, wo sie sonst hin sollen. Neros Mauer und Osterbanner gibt natürlich Neros Manner. Ist logisch. Kennt jeder. Neros Manner kann man essen. Schmeckt sehr gut. Ich habe sogar noch ein paar Hartenfall-Lieferwagen, um Gottes Willen. Die habe ich anscheinend eingesteckt, um Schätze zu verkaufen. Auch nicht schlecht. Und Ressort. Rosenbusch. Rosettenbusch am besten. Ein Chickenbusch. Aber nichts zum... Ah, hier ist noch eine Schwebebank. Oh, sogar noch zwei. Cool, 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 cool. Kommen Sie mal her. Ich würde Ihnen gerne... Nee, die lasse ich jetzt erst mal. Die lasse ich da jetzt erst nochmal drin. Ich muss mir noch überlegen, ob und wenn ja, wohin ich dich setze. So. Ich habe mir noch einen Shinto-Schrein. Ich habe schon eine Straßenlaterne. Eine Straßenlaterne. Eigentlich sogar mehrere Straßenlaternen. Ich könnte zum Beispiel... Ich habe ja genug davon. So zum Beispiel könnte man das ja machen. Und eigentlich gehört ja so ein Ding an jede anständige Straßenecke. Schade. Die kann man natürlich jetzt nicht noch nachkaufen. Das wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Jetzt weiß ich nicht. Doch, hier war ich schon. Ah, hier ist doch meine Schwebe. Oh, das war es schon wieder. Hier habe ich noch ein paar Verkleidungen. Upsa. Ein paar Verkleidungen für Figuren, die ich nicht habe. Noch nicht habe. Und noch 39 Promenadenteile. Gut. Achso, ich muss auch auf die Zeit gucken. Ich denke... Ich denke, ich lasse das jetzt erst nochmal so hier. Für heute zumindest. Oder für jetzt. Ja, für heute. Ich werde mich morgen dann nochmal da dran setzen. Ich muss mir echt noch was überlegen. Ich würde das wirklich gerne irgendwie ein bisschen abgrenzen. Ich würde das gerne so als... Wie ich das bei vielen anderen Sachen auch gemacht habe. Dass das so ein kleines Gebiet ist. Als Stadt gesehen muss ja irgendwie... Ich will jetzt keine Mauern da drum ziehen. Diese hässlichen grauen Dinge oder irgendwie sowas. Aber vielleicht irgendwas anderes. Ich hatte eigentlich gehofft, ich hätte irgendwo noch so ein paar von diesen... Von diesen Holo-Hacken. Von denen ich ehrlich gesagt... Ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich bin mir relativ sicher eigentlich... Dass ich von diesen Holo-Hacken auch welche hatte. Also das sind die, die aussehen wie die normalen... Die normalen Hacken. Die ich jetzt gerade beispielsweise... Beispielhaft nicht finden kann. Daher. Sowas. Nur halt als Holo. Als Holo-Hacken. Ihr dürft mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, womit ich meine... Womit ich meinen Springfield of Tomorrow... So ein bisschen abgrenzen könnte. Sowohl optisch als auch physisch. Physikalisch. Vom Rest meines Springfields. Damit es einfach so ein kleines bisschen aussieht. Als wäre es so eine eigene kleine Welt. Ist es ja auch. Ist ja ein Springfield im Springfield quasi. Und von daher... Ja cool. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war es dann von mir. Für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare. Oder ich muss jetzt mal kurz noch gucken. Sechs Minuten noch. Oder abonniert meinen Kanal, falls ihr die ohnehin schon längst getan habt. Und alle MIBs in Braun wurden ins Versteck gejagt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.